Hi Leute, willkommen zurück bei Dirt 4 hier am Mittwoch. Ja, wir sind inmitten der historischen Meisterschaften, beziehungsweise die Kit Cars gehören auch zum Modern, also alles was ab 90 ist, gehört ja zum Modern. Und da sind wir mit dem Ibiza Kit Car. Dieses Fahrzeug ist in seinem, ich glaube 97 sind die tatsächlich auch Production Car Champions geworden. Also in der WRC haben die den Weltmeistertitel gewonnen. Also nicht den WRC oder den Weltmeistertitel in sich, sondern in der Produktionsklasse. Ja, cooles Auto. Frontantrieb, das wird interessant heute auf jeden Fall, bei Schotter auch noch. 270 PS auf 960 Kilo. Wir drehen hier sehr, sehr hoch. Wir drehen hier teilweise durch bis 12.000 Umdrehungen. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Konzept, diese Kit Cars. Ja und ich habe das Design letztes Mal nochmal gewechselt und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Ich habe ja so gemeckert über den Editor. Ich meine, es ist nach wie vor nicht viel Auswahl. Aber das Design, was ich gemacht habe, das sieht tatsächlich auf fast allen Autos halbwegs annehmbar aus. Kann man machen. Wie würde denn der Launcher damit aussehen? Okay, nicht ganz so geil. Da passt eher sowas schlichtes. Aber der Fiesta, sie kann sich auch echt sehen lassen. Und wir haben es ja hauptsächlich erst mal für den Seat gemacht. Ja gut, geil. Dann legen wir los, würde ich mal sagen. Events, Karriere und wir wollten ja die US Open erstmal fahren, ne? Hier USA Cup. Ja, es hätte sich natürlich vielleicht besser angeboten, das cleverer zu machen, wenn wir jetzt hier in Spanien mit dem Ibiza gefahren wären. Aber da haben wir schon Gold, deswegen lohnt das sich nicht mehr so großartig. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier in Michigan im Schotter und holen uns ein bisschen Schotter. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ob was fällt, sind die Dinge natürlich immer besser zu schottisch steuern. So, wir fahren vier Wertungsprüfungen. Wir sehen, ob wir die heute alle durchbekommen. Erstmal eine kürzere, ne gar nicht kurz, 5,9 Kilometer, relativ lang sogar. Ja, mit dem Alpin haben wir uns ja letztes Mal echt noch richtig gut hochgearbeitet insgesamt. Konnte sich hier echt sehen lassen. Ich streng mich jetzt an. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Testfahrt machen, denn ich weiß absolut nicht, wie sich dieser Seat jetzt hier steuern wird. Und was wir da im Setup vielleicht auch machen können. So, müssen wir, haben wir irgendeine Begrenzung für Neustarts? Ne, zum Glück nicht. Sehr gut. Ja, unsere neuen Teamfarben, wir strahlen jetzt hier einmal in knalligem Rot mit einer schönen dunklen Metallic-Lackierung. Mal gucken, wie er so aussieht, ne? Ich hab noch gar nicht... Ich bin jetzt alles gelb. So, sieht er aus. Finde ich ganz geil. Wenn es so ein richtig dunkles Schwarz wäre, würde es bestimmt auch ganz aggressiv kommen. Aber ich finde es sogar, sogar noch ein bisschen besser. Guck mal, sieht doch echt klasse aus. Mal gucken, wie der so klingt. Der dreht tatsächlich bis 9000, okay. Rechts 5. Und rechts 4. Außen 60. Oh, kleines, krilliges Biest. Geil. Also ich hab die bei Dirt Rallye in eher nicht so guter Erinnerung. Übrigens, glaub ich, Meilenanzeige, ne? Na, warte mal. Ja, auf jeden Fall Meilenanzeige. Also nicht irritieren lassen. Das sind keine KMH. Oh, der macht das aber ganz schön gut, finde ich. Der Wagen. Das ist interessant. Also bei Dirt Rallye waren die wirklich so beim Rausbeschleunigen sehr, sehr unangenehm. Also ich bin damit ja mal, glaube ich, in Griechenland gefahren. Oh, ich vermisse die Dirt Rallye Rallyes. Ich muss doch wieder Dirt Rallye in der Folge bringen. Und da müssen wir da, was ist, glaube ich, als nächstes Finnland an der Reihe mit dem 2000er-Fokus. Na gut, 2007er-Fokus. Da sind die so unheimlich, die haben unheimlich geschoben, ne? So wie sie es ja eigentlich auch machen würden, wahrscheinlich. Oh, bei Sebastian und Brelli, wo sind wir die auch gefahren schon? Da ist ja, wir sind mal mit dem Peugeot, glaube ich, gefahren. Ne, da gab es auch den Citroën, gab es ja auch als Kid Car, glaube ich, von Löw. Na gut, gucken wir mal, wie es läuft. Schön krönig, ey. Sehr direkte Lenkung. Natürlich bin ich jetzt auch negativ geprägt noch von dem Alpinen. Der liegt sehr stabil. Oh, ist der drehfreudig. Ah, wirkt ein bisschen hoppelig, aber liegt wirklich wie ein Brett hier auf dem Schotter. Viele scharfe Kurven. Ja, Handbremse macht gar nicht mal so viel Sinn, weil dann beim Rausbeschleunigen hast du halt, dass du den engen Kurven sehr viel untersteuern. Sonst würde ich lieber eine gerade Linie hier fahren. Oder eine halbwegs gerade Linie. Wenn das Auto ausbricht, Regel Nummer 1 mit dem Frontantrieb, Gas geben. Entgegen aller Gefühle, die man so hegt gerade. Und gegen die natürlichen Reaktionen, gegen zu lenken, einfach gerade, Lenkrad gerade, Gas. Links 6, über Kuppel, senke. Rechts 6, in links 4, da, back auf, innen haltung, 200, 200 übermelden, runter. Links 6. Boah, jetzt ist es ja gerade Steam Summer Sale, beziehungsweise gewesen, glaube ich. Ist, glaube ich, mittlerweile vielleicht sogar schwer vorbei. Aber ich habe mir das Ganze am Sonntagabend aufgenommen und, ähm... Ja, da musste ich Ewigkeiten auf meine Updates warten. Die haben sich Menge gezogen, weil wahrscheinlich die Steam Server so überlastet sind. Alle Leute gerade am Kaufen und am Laden sind. Ich persönlich habe dieses Jahr gar nichts gekauft, weil ich noch so viele, so ein Pile of Shame noch habe. So viele Spiele, die noch gespielt werden müssen irgendwann. Dass es sich überhaupt nicht lohnt, irgendwas Neues zu kaufen. Witcher sitzt sich noch immer dran am Blood and Wine und an Mass Effect Andromeda. Bisschen zu Brocken. Weil ich bin froh, dass ich beim Witcher überhaupt schon mal durch... Durch das Hauptspiel und durch das zweite Addon, äh, durch das erste Addon Hearts of Stone durch war. Aber jetzt fehlt mir noch Blood and Wine, da war ich nur am Anfang. Aber wahrscheinlich die meisten von euch werden gar nicht wissen, worüber ich rede, ist egal. Äh, wir sind durch, ja, war easy. Guck mal, schick sieht er aus, der kleine Rote. Schick sieht er aus. Sehr gut. Ja, war jetzt wieder im Vergleich zu den 70ern da mit dem... Alpin war das ja hier im Klacks, ein Kinderspiel. Oh, erstmal kurz durchatmen. Die kleine Orgel. Gut. Guter Einstand, guter Puffer. Jetzt kommt ein bisschen Regen. Hesperia Forest. Okay, das sind noch drei relativ kurze Etappen, die kriegen wir auf jeden Fall noch durch heute. Locker. Gut, jetzt beim Regen wird es natürlich noch mal ein bisschen, werden die Karten, sag ich mal, neu gemischt. 60 Meter hündlich. Wir fahren jetzt hauptsächlich auch noch bergauf. Okay, bergauf ist besser als bergrunter bei Regen mit so einem Fronttribbler. Denke ich mal. Anfangen haben wir gleich eine relativ scharfe Kurve. Dann geht es ein bisschen in den Wald. Das Preisgeld sollte helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Oh. Will ich. Ich meine, das war jetzt echt ein günstiger Invest, wie ich es gesagt habe. Wir kriegen ja mit der Meisterschaft schon wieder den Preis für das Auto raus. Und wenn wir noch mit zweiter damit fahren, lohnt es sich richtig. Durchschenken, 60. Regen steifend. Rechts fünf. Kurve, 60. Scharbrechen, 60. Fortschritt, aus. Links halb, über Kugel. Links fünf, 100. Kaum anders hier aus der Kurve raus. Ich verstehe es nicht. Und rechts sechs. Und links fünf, 60. Links vier, über Kugel. In rechts sechs. Und links fünf, 18. Ja, wir hatten wahrscheinlich wieder am Montag eine Multiplayeraufnahme. Das würde bedeuten, dass morgen um 10 Uhr wieder Dirt 4 Multiplayer kommt. Wenn es so gewesen sein sollte, weil es ist, ich nehme ja im Voraus auf, wie gesagt, dann morgen um 10 Uhr wahrscheinlich. Das ist so unser Upload-Plan für Dirt 4 Multiplayer. Da werden wir wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen Landlash machen, vermutlich. Da liegt mir irgendwie der Wagen, aber jetzt haben wir nicht ganz so großen Abstand nach vorne. Und rechts fünf, links fünf, in offene Kehre, links 60. Rechts fünf. Also ein bisschen, ja, ein bisschen schiebt er natürlich schon, wenn man da zu stark lenkt am Kurvenausgang. Rechts drei, rechts schneiden. In links vier, lang, überall. Und rechts fünf, 80. Links sechs. Und links vier, lang, 200. Und Lekehre, rechts, Försten, Außen, 60. Das ist auch super stabil, ey. Den bringt nichts aus der Ruhe. Und rechts vier, 60. Links fünf. In rechts vier, lang, übernimmt. Und links drei, nicht schneiden. 150, rechts sechs, übernimmt, 200. Bis ziehen. Easy. Ich wollte gerade schon... Na gut, knallen tut er nicht so viel, leider. Oh, ist die Lampe hässlich da. So. Ja, also das Ding lehnen wir hier locker mit, würde ich sagen. Es ist ja auch noch eine Einsteiger der Meisterschaft auf der ersten Ebene sozusagen. Die sind auch noch ein bisschen einfacher als die zweiten dann. Ja, jetzt haben wir noch Service. Machen wir den Kleinen mal waschen. Also Setup würde ich jetzt gar nichts ändern, weil der fährt sich halt super einfach. Okay, die sieht auch nicht so kompliziert aus. Wildwood Forests. Oh, geil, das Song. Die Sponsorenziele sollten wir eigentlich locker... Für den Carlos wird auch wieder gewaschen. Zack. Also Reparaturen, ja. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Die dauern tatsächlich jetzt ein bisschen länger. Also so eine Reparatur hätte vor dem Patch wahrscheinlich nur drei Minuten gedauert. Aber das dauert jetzt tatsächlich länger. Aber die reduziert sich natürlich... Ne, reduziert sich nicht. Acht Minuten, 29. Tatsächlich. Also es hätte früher 30 Sekunden oder so gedauert. Also, jetzt wird es langsam vielleicht wirklich interessant, auch mal ins Team zu investieren. So, einer wurde disqualifiziert. Das soll uns nicht großartig stören. Okay, da kann es heiß, zwischendurch kommt ein Auto. Alles klar, das machen wir Bescheid. Oh, hey, damals hatten die Autos immer noch teilweise so schöne, breite... Oh, guck dir mal die ganzen kleinen Schalter an. Wie geil das detailliert ist. Die Autos früher hatten oft so schön breit gezogene Kurtflügel. Gut, ich glaube, der Serien Ibiza hat er das nicht auch nicht so unbedingt. Immer schön auf Drehzahl fahren. Da ist die Leistung. Da sind die 270 PS. Alles klar, ich glaube, der Serien Ibiza hat er das nicht so gut gemacht. Oh, Schiete! Komm, 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 komm. Auf der Radar, rechts. Den rechts, fünf. Links, fünf. Was macht rechts mit dem Ding? Hätte ich gar nicht so unbedingt erwartet. Rechts, fünf. Dachte, das wird jetzt voll die... Schubkarren... Oh, da ist es. Voll die Schubkarren, oh, hier. Hier steht hier im Fokus. Ach so, weil hier natürlich auch die 2000er mitfahren. Ja, ja, okay. Stand kurz auf dem Schlauch, habe es aber sofort verstanden. Oh. Das war jetzt ein Platten, glaube ich. Die Stage ist fast vorbei. Ja, Platten, witzig. Ja, das Ziel müsste nah sein. Gott sei Dank haben wir einen Fronttriebler. Ich merke fast gar nichts von den Platten. Jetzt, bis hin. Ja, ja, alles gut. Okay, wir haben sogar... Hast du die Stage gewonnen? Wir haben die Stage mit 10 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also das... Ein bisschen... Das meine ich mit Balance bei Dirt 4 einfach. Manchmal ist es viel zu einfach. Manchmal... Das hängt auch, wie gesagt, an den Ebenen, an den Meisterschaften. So. Trotzdem 10 Sekunden gewonnen. Ich bin gerade... Ja, gut, wir haben jetzt keinen Service Park mehr. Das heißt, muss ich jetzt mit dem Platten starten oder kann ich den jetzt noch zwischen... Den kann er zwischen den Stages, glaube ich, noch... Macht er den. Das ist kein Problem. Gut. Aber trotzdem, der Schlag war schon relativ hart gerade. Ich hoffe, dass da nichts irgendwie jetzt großartig uns noch in die Quere kommt. Aber drei Kilometer rocken wir schnell durch. Wir haben die Rallye so gut wie gewonnen. Notfalls haben wir noch zwei Neustarts. Also da sollte nichts anbrennen. Ich muss aufhören, dass manchmal nicht... Mein Fuß, wenn ich zur Musik tippe, wippe, dass ich ja nicht das Mikrofon komplett anstoße. Bausatzauto... Hat schon besser ausgesehen, aber es läuft gut. Viel Glück. Genau, also Bausatzauto heißt wahrscheinlich, dass man von Seat damals so einen Bausatz einfach bekommen konnte. Voll gut, ey. Voll geil. Und sich seinen eigenen Ibiza-GTI oder was auch immer damit umbauen konnte. Gab dann ja damals auch die ersten Cupra-Modelle. Drei Kilometer ist jetzt echt Power Stage Pro hier. Ja, die sind viel zu lahm, die KI-Kollegen hier. Das wird der Baus. Okay. Aber weißt du was? Ist egal. Ja, ja. Die Wassermümer aufgesteigt. Rechts vier. Durchsenke. Vorsen. Innen. Mittig halten. Überfunden. Links fünf. 150. Rechts drei. Lang. Innen halb. 250. 200. Übernehmen. Immer noch vorne. Rechts fünf. Ebennig sechs. In rechts vier. Überfunden. 100. 110. Übernehmen. Wie schlecht die KI ist. Eial, egal, egal. Ich finde, dass da keine Zuschauer standen jetzt. Guck mal, ich bin trotzdem erster, glaube ich. Nee, doch nicht. Okay. Nicht so schlimm. Wir haben die Ready trotzdem insgesamt gewonnen und das fette Preisgeld abgesahnt. Ich denke mal, die Sponsorenziele haben wir auch alle. Och, der arme. Der arme Kleine. So. Da genießen wir auf jeden Fall nochmal das Replay. Ich will nochmal zum Unfall sprüllen. Ich bin aber nicht irgendwie im Gamer-Modus auf einmal, ne? Nee, eigentlich sollte das nicht so sein. Ja, ein bisschen, ähm... Naja. Geht noch. Sagen wir mal. Es ist immer interessant, manche Kurven, wenn man die aus so einem anderen Winkel nochmal sieht, aus einer anderen Perspektive, denkt man sich so, ah, eigentlich ist das doch mega einfach. Einfach weiter. Normalerweise wäre das jetzt wahrscheinlich ganz, ganz böse ausgegangen. So wie wir da reingeklappt sind an den Baum. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Wenn man hier die vollen Schäden eigentlich aktiviert hat, dass es trotzdem in dem Sinne nicht realistisch ist manchmal, ne? Weil dann wäre an vielen Stellen wäre die Rallye echt schon zweimal vorbei gewesen. Das, was wir uns teilweise da so fabriziert haben. Aber echt ein quirliges, spaßiges Auto. Den werden wir auf jeden Fall nochmal sehen irgendwann. Wie gesagt, zweimal müsste ich ihn ja mindestens fahren, damit sich das wieder rentiert irgendwo. Ich meine, wir haben die Preis... Mal gucken, wie viel Geld wir bekommen. Preis vom Fahrzeug haben wir auf jeden Fall fast doppelt wieder drin. Haben wir doppelt drin. Also hat sich das schon mal gelohnt. So, vier Strecken furchtlos gefahren. Habe ich auch bekommen. Okay. Oh, guck mal hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Tôiiamente. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020